Oliver, hast du schon etwas für das Viscom Viral? Nein, warte, ich schreibe gerade dem Peter. Hoi Peter, ich brauche einen viralen Hit, hast du Zeit? Liebe Grüße nach München, Oliver. Glatte Vogel, viraler Hit, das trifft sich gut, zwei, drei Stündchen, viele Grüße nach Zürich. Du Joel, das glaubst du nicht, der Peter macht's. Wunderbar, ist auch eine einfache Sache, wir müssen auf die Vorzüge von Drucken in der Schweiz aufmerksam machen und dass man das entsprechende Label verwendet, wenn man etwas druckt. Ich glaube nicht, dass du dafür drei Stunden brauchst. Der spinnt doch, aber was soll's. Also, wir machen in knapp zwei Stunden ein viral online, drucken in der Schweiz. Von München aus. Du bist doch Münchner. PS, haben wir Budget für Selena Gomez. Joel, haben wir Geld für einen Promi? Momentlich. Nein. Lieber Peter, du Briefing gut erfasst und richtig, ich Münchner in Zürich und du Zürcher in München, wo ist das Problem? PS, wieso Gomez? Frieder Hodel wäre doch passender. Zürcher in München, Münchner in Zürich, Truppen in der Schweiz, Fokusgruppe zur Sicherheit. PS, mit der Gomez. Ein bisschen kompliziert da eigentlich. Ohne Fokusgruppe. Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation, Termin treues Wissnis. Da ist sie wieder, so ist es. Hm. Also, Idee. Selina Gomez brauchte dauernd Autogrammkarten, nicht? Und, wo druckt sie die wohl? PS, von den zwei Stunden eine halbe aufgebraucht. Ja, kein Bock. Lieber Peter, vielen Dank für deine Idee. Nach interner Rücksprache vermissen wir leider noch die Swissness. Viele Grüße, Oliver. Swissness, okay. Also, Selina Gomez spaziert in eine Druckerei in Coppigen. Sie trägt eine Handkamera und filmt, wie sie neue Autogrammkarten in Auftrag gibt und fragt, drucken sie auch klimaneutral. Der Clou, die Autogrammkarten gibt es dann in echt. Darauf ist die Gomez zu sehen mit der Überschrift. Ich wurde klimaneutral gemacht. Ey, das wird der Hammer. Oliver, der Hund will, dass du zurückläutest. Ich bin verreist. Vielen Dank für deine Idee. Wie viral verprintet in Switzerland das Richtige ist. Ich komme nicht mehr draus. Weihnachten. Lieber Peter, das ist leider zu spät. Wir versuchen das Problem vom Printet in Switzerland in der Schweiz zu lösen. Viele Grüße, Oliver. Lieber Oliver. Einen Slogan hätte ich noch, den schenke ich euch. Ei, 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 ei. Da, ne, sie ist mehr. Ich habe seine Stimme nicht mehr. Die pouvait sich dafür L engineers alles überlassen. Ei, ich sehe ihre